Rausch ausgeschlafen, direkt vor den Toren. Es ist vorbei, es schwankt nichts mehr. Dann machen wir einfach mal weiter. So, wo wollen wir überhaupt hin? Wir haben jetzt ja rechts Quest stehen. Ich gehe mal ein bisschen so, damit diese helle Schrift im dunklen Bereich ist. Dann könnt ihr sie besser lesen. Da geht es um Überlebenskünstler, Falle, Steinmesser, wildes Tier, Jahreszeit. Aha, überlebe eine Jahreszeit lang. Okay. Dann haben wir das Quest mit Unigos Geschichte. Wir können ja mal hier schauen. Ich habe ja hier gesehen, hier gibt es noch weitere neue Quests. Deswegen werden wir einfach mal in diese Richtung gehen. Und hoffen, dass wir diejenigen finden, die auch noch Quests haben. Vielleicht führt uns ja damit das Spiel irgendwie etwas voran. Damit wir nachher noch so wissen, was wir eigentlich alles noch so machen können. Wahrscheinlich irgendwo hier. Bist du derjenige? Sieht so aus, dass du derjenige bist. Okay. Dann sprechen wir mal mit Pepin. Hallo, Stranger. Er hat gesprochen. Also er hat Hallo gesagt. So, mal sehen, ob er weiter spricht. Äh, ich muss weg, sei brav. Kann ich dir bei etwas helfen? Jetzt redet er nicht mehr. Darf ich dich vielleicht etwas fragen? Was denn? Ich wollte so tun, als wäre ich erwachsen. Aber dazu fehlen mir noch ein paar Dinge und meine Eltern wollen sie mir nicht geben. Also dachte ich, dass du mir vielleicht helfen kannst. Ich kann dir nichts geben, aber ich werde meine Freunde bitten, nur Gutes über dich zu verbreiten. Ein guter Ruf ist bestimmt auch nicht schlecht. Ich bringe dir, was du willst, aber du musst versprechen, nichts Dummes damit anzustellen. Okay, ich habe jetzt ein neues Quest, genau wie Papa. Weißt du das Quest? Genau, man läuft natürlich nicht hier dran vorbei. Nein, man läuft hier so, hier drüber und dann so. Anders macht man das hier nicht. Und deswegen steht das genau hier so. Aber ich kann das Brett stehlen. Das lasse ich mal lieber. Diebstahl. Das hat er auch in der letzten Folge gesagt, dass das ja möglich ist. Diebstahl. Ich vermute, dass ich jetzt hier einen Quest bekommen habe. Das sind die Sachen. Nebenquests, genau wie Papa. Okay, dieses Kind will Erwachsener spielen. Okay, abliefern einem Pipi ein Steinmesser. Das ist gut, dem ein Steinmesser zu geben. Messer, Gabel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht? Hey du, Pippin, wach auf. Was kann ich für dich machen, Herr? Sie sehen, Herr? Ich dachte, du willst... F? Genau, ich möchte das Quest verfolgen. Hier. Es schläft ja. Muss ich jetzt warten, bis der wach ist? Die Quest kann ich nicht erfüllen. Die Junge schläft. Wo gehen wir jetzt hin? Na gut, das ist das aktive Quest. Wir haben ja irgendwo noch eins. Irgendwo da. Was ist eigentlich dieses Dokument? Oder sagt er uns jetzt, wir sollen das nicht machen? Das war schon der Vater. Der Elven. Also. Was kann ich für dich tun? Hallo. Mein Name ist Rassimir. Tag. Ich bin der Elven. Du kommst mir nicht bekannt vor. Bist du neu hier? Ich komme aus dem Süden und bin auf der Suche nach einem Ort, an dem ich ein neues Leben beginnen kann. Dann wünsche ich dir viel Glück. Was mich angeht, ich bin ein Bauer. Meine Aufgabe ist es, die Felder zu bestellen. Wenn ich ehrlich bin, mache ich jeden Tag dieselbe Arbeit. Ja. Für ja. Wird das nicht mit der Zeit eintönig? Wenn ich du wäre, würde ich an Langeweile sterben. Natürlich langweilt es mich. Wie lange würdest du es aushalten, dieselben Handgriffe wieder und wieder durchzuspielen? Aber meine Familie braucht meine Hilfe. Und ich tue mein Bestes, um wie fünf für sie zu sorgen. Ja, so war das zu der Zeit. Die haben halt Tag ein, Tag aus immer das gemacht. Während wir sprechen, geht die Sonne und es geht ruckzuck hier. Ich wollte dich nicht beleidigen. Bitte entschuldige. Kein Grund, dich zu entschuldigen. Ich bin einfach in letzter Zeit etwas angespannt und generell schlecht gelaunt. Es gibt da eine schwierige Angelegenheit, die mich ständig von der Arbeit ablenkt. Worum geht es dabei, Elven? Vielleicht kann ich helfen? Das klingt vielleicht belanglos. Aber ich bin diesen ständigen Streit zwischen meiner Mutter und Jarognier war so leid. Ihr Sohn Wallabor kann meine kleine Schwester Olga einfach nicht in Ruhe lassen. Ich verstehe, dass es nur ein Spiel für ihn ist. Immerhin habe ich in seinem Alter oft mit seiner älteren Schwester Dupromira gespielt. Ich tat so, als wäre ich ein Ritter, ausgerüstet mit einem Stock als Schwert. Aber auch damit habe ich mutig ihre Ehre verteidigt. Wie jeder große Ritter. Das ist schon irgendwie niedlich. Egal. Kommen wir wieder ins Hier und Jetzt zurück. Ich glaube, dass er eine Beschäftigung braucht, die ihn von meiner Schwester fernhält. Damit du bei der Arbeit wieder einen klaren Kopf hast. Das wäre wirklich schön. Mal sehen, was ich tun kann. Also, noch ein Quest aktiviert. Geschichtsquest, Kapitelquest, was es alles gibt hier. Abliefern an. Wallabor. Stock. Okay. Stock habe ich. Jetzt suche ich das Ziel. Irgendwo hier drin. Ich mache mal die Fackel an. Sag mal nicht, der schläft auch. Ja, ist ja gut. Es ist Nacht, alle schlafen sie. Ist ja... Hinreisend. Ich sollte auch bald was essen. Mal so nebenbei. Erstmal dann diesmal. mal ein Hafer. Aber ich mache mir meinen Hafer. Brötchen. So, und dann gehen wir auch noch zum Fluss. Auf zum Fluss. die einfache Fackel ist kaputt. So. Wann kann ich trinken? Jetzt. Die Hände zu tief in den Rachen. So, Fackel, 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 Fackel. Dazu brauche ich wieder Strohstock. Hab ich, ich brauche Stroh. Ist das hier denn alles Schilf? Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Immer schön einsammeln. Lass es jetzt Wasser trinken. Möchte aber einsammeln. Denn ich benötige eine neue Fackel. Damit wäre die Fackel wieder da und ich habe wieder Licht. Den Ort werden wir jetzt wahrscheinlich nicht viel machen können. Da es dunkel ist. Dann ist es sicherlich am sinnvollsten, dass ich mich auch einfach mal inlege. Ich habe mir schließlich ein Haus gebaut. Ja, mitten in der Nacht rennen. Das ist ja Nachtsport. Bin ich ganz schön unterwegs. Na los, rennen, rennen. Genau, hier geht es ein Stück runter. Dann sind wir ja fast da. Da, die Hütte. Mitten im Wald. Der Ort mit ganz schön schwer. Machen wir lieber die Fackel aus. Ich schlafe im Doppelbett. Und zwar schlaf bis zum nächsten Tag. Schlaf bis zur nächsten Jahreszeit. Ja. Gute Nacht. Gute Morgen. Morgen, ja schnell. Da sind wir wieder. Oh mein. Okay. Auf geht's. Wieder zurück. In das kleine Örtchen. Ich will mal sehen, was ich da alles noch so machen kann. Ja, ich habe das Haus ein Stück weggebaut. Dann muss ich die Wege natürlich auch zurücklegen. Am besten mal irgendwann die Kondition erhöhen. Ja, atme erstmal durch. Nicht, dass du mir hier zusammenklappst. So, jetzt kannst du weiter rennen. Genug geatmet. Genug geatmet. Das haben wir ja verschiedene Quests hier. Können zum Beispiel hierher gehen. Ich hoffe mal, der Junge ist auch wach. Bist du wach? Beim Frühstück oder so? Hallo? Ich wollte rein und du kommst raus. Hier. Hallo, sagt der kleine Mann. Hallo. Bist du Valdeboa, richtig? Ja. Du siehst sehr stark für deine Alter aus. Hast du jemals daran gedacht, Ritter zu werden? Das ist mein Traum. Bist du ein Ritter? Nein, aber ich weiß recht viel über sie. Wusstest du, dass sie schon in jungen Jahren das Kämpfen lernen? Dafür benutzen sie Holzschwerter. Woher könnte ich ein solches Schwert bekommen, nicht Dritter? Zufällig habe ich eines bei mir. Und ich kann es dir geben, weil du eindeutig würdig bist. Ich fühle mich geehrt. Sie mag unscheinbar aussehen, aber sie ist sicherlich eine ausgezeichnete Übungswaffe für einen aufstrebenden Ritter wie dich. So, jetzt kann ich dir einen Stock geben und irgendwann könnte dieser Kerl hier links mal aufhören. Geh doch einfach außen rum. Und belästige den jungen Mann nicht so. Es reicht, wenn ich den belästige. Er sieht eigentlich wie ein normaler Stock aus. Um deine Gegner zu überraschen. Und weißt du, was Ritter noch tun? Außer Schlachten zu schlagen? Sie reiten Pferde? Auch das. Aber vor allem schützen sie die Damen und Kinder vor Gefahren und sorgen dafür, dass ihnen kein Leid zugefügt wird. Wirklich? Klingt nach einer Menge Arbeit. Ja, das ist der wichtigste Grundsatz der Ritterlichkeit. Verstanden. Danke für das Schwert, Nichtritter. Von jetzt an werde ich die Schwachen und Hilflosen verteidigen. Gern geschehen, junger Rittersmann. Gern geschehen. Damit haben wir das. Jetzt kann ich wieder mit Alwin sprechen. Der irgendwo... Hier hinten ist. Auf den Feldern. Entscheint. Ach, das war ja der Bauer, ne? Das war der Bauer. Der ist wahrscheinlich wieder hier hinten irgendwo. Und zwar da, was er Tag ein Tag ausmacht. Ich klatsche einfach mal über sein Feld. Hallo. Ich habe dein Problem mit Wallenburg gelöst. Ja, ich sah ihn mit einem Stock durch das Dorf laufen. Du musst eine erstaunliche Überzeugungskraft haben. Dieser junge Mann hört sonst auf niemanden. Die Idee mit dem Stock in der Geschichte über den Ritter hatte ich von dir. Bevor ich es vergesse. Du Bromira hat mir dieses Brot als Entschuldigung für das Verhalten ihres Bruders ergeben. Aber ich denke, du hast es mehr verdient als ich. Hier, nimm du es. Vielen Dank. Keine Ursache. Es ist das feinste Brot, das du je gegessen hast. Die Frau unseres Kastellans macht es in der Dorfschenke. Die Frau des Kastellans? Von Unigost? Du kennst ihn gut? Nein, eigentlich nicht. Ich verbringe die meiste Zeit auf dem Feld und wir haben eigentlich nur miteinander zu tun, wenn die Steuern gezahlt werden müssen. Also gut. Bis bald. Also die Reputation der Dynastie von mir hat sich erhöht. Ich habe auch schon eine riesige Dynastie. Eine Hütte? Aber aller Anfang ist schwer. Ja, ihr Gänse. Was ist denn das da oben für ein Zettel? Achso, damit kann ich den Unigost wieder ansprechen. Okay. Das ist Radegunda. Wen haben wir denn noch? Also so viele Leute. Das hier ist ein Koch. Adelina. Die kocht. Was haben wir denn hier noch? Ich schaue mir einfach mal so ein bisschen den Ort an und die ganzen Verfolge, die Zeichen, die da oben so angezeigt werden, um mal herauszufinden, was wir hier alles so haben. Okay. Die stellt Stroh her. Haben wir noch mehr? Aber hier hinten, das ist dann, geht es dann sehr wahrscheinlich um Getränke. Getränke. Aha. Was haben wir denn? Das haben wir. Den hat man, glaube ich, auch schon. Da sind wir alle durch, ne? Mehr haben wir jetzt hier gar nicht. Was heißt, mehr haben wir nicht? Es sind ja einige. Dann schauen wir mal ins Baumenü. Das sind ja die Häuser. Da bräuchte man Technologie. Nicht genügend Rohstoffe. So, irgendwie muss ich hier erstmal noch an Technologie gewinnen, um überhaupt irgendetwas bauen zu können. Okay. Dann gehen wir einfach mal weiter. Stelle eine Falle auf Hasenfalle. Eine Hasenfalle. Das sagt er so einfach. Eine Hasenfalle. Erstmal stellen wir ein Messer her. Steht er schließlich dort. So ein Steinmesser herstellen. Das wäre erledigt. Er jage ein wildes Tier. Wildes Tier. Wildes Tier. Wo bist du? Na komm her. Komm zu mir. Jetzt aber sofort. Gut, so würde ich hier lang rennen. Wenn die alle schon weit weg. Da. Ein Häschen. Ich nehme den Hammer. Dann wäre er platt. Da ist das Kaninchen. Und da ist der Fuchs. Das klang jetzt doch sehr heftig. Kaninchen häuten. Okay. Okay. Bären sammeln. Bären sammeln. Hier liegen ein paar Bären. Vor allem die liegen hier. Also diesen Hasen zu erlegen. Das ist schon. Wie die wohl dieses Geräusch aufgenommen haben. Die haben wohl einen Hasen erlegt. Das aufgenommen. Und dann haben sie es im Spiel eingefügt. Also es klang schon sehr krass. Das sind alles unreife Bären. Weil die kann ich ja mal lagern. Wer weiß, für was man die gebrauchen kann. Vielleicht auch von nichts. Vielleicht muss ich auch warten, bis die reif sind. Dann habe ich sie zu früh geerntet. Ja, Gesundheit. Kämpfe, Stürze oder das Ignorieren negativer Zustände können dazu führen, dass du Gesundheit verlierst. Der Verlust deiner gesamten Gesundheit führt zum Tod. Du regenerierst deine Gesundheit, indem du in deinem Bett schläfst. Heilende Kräuter zu dir nimmst oder Kräutertränke verwendest, um Wunden zu heilen. Aber ich habe ihn noch erwischt. Ich weiß eh. Das war nun mein erster Kampf. Mit einem Fuchs. Ich hätte wissen sollen, dass er mich wohl auch angreift, wenn ich ihn angreife. Ja, habe ich mal ein bisschen Leben verloren. Es soll ja auch spannend bleiben. Solange es nur bei solchen kleinen Gegnern bleibt und nicht plötzlich etwas Größeres kommt. Bei Größeren sollte ich dann schon etwas vorsichtiger sein. Und wo sind wir eigentlich jetzt gerade gelandet? Ah, dort. Die Errichtung ist mein Haus. Das Schwedernfuchs, den greife ich jetzt nicht an. Renn weg. Los, rennen. Ich muss jetzt nicht gleich noch einen Kampf haben. Mache ich das ein paar Mal, dann habe ich kein Leben mehr. Jetzt geht es erst noch mal zum Fluss. Weit genug rein. Bis das Trinken-Symbol kommt. Achso, ja. Wahrscheinlich kommt es eher. Ich sollte einfach mal... ...auf das Wasser zeigen. Wenn ich mich jetzt hier so herstelle... ...noch nicht... ...könnte ich auch schon hier trinken, nicht? Erst wenn ich mitten im Fluss stehe. Aber hier schmeckt es so nach Fuß. Dort schmeckt es nach Brust. Was schmeckt wohl besser? Kommt auf Fuß und Brust an, ne? Und hier ist Fisch. Ich hoffe mal, dass es hier keine Piranhas gibt. Mit dem Messer auf Fischjagd. Die machen sich über mich lustig. Würde ich als Fisch aber auch. Ich soll noch eine Falle aufstellen. Gehen wir mal ins Menü. Herstellung. Ist hier vielleicht eine Falle mit drin. Keine Falle. Bei sonstiges. Ein kleiner Holzwolf. Gut, gut, gut. Werkzeuge. Einfache Fackel. Haben wir ja auch schon hergestellt. Hier gibt es ja die verschiedensten Äxte auch noch, die man verwenden kann. Also hier gibt es einiges, was so nach und nach kommt. Da kann man dann bestimmt noch die verschiedensten Sachen machen. Ich hoffe mal, dass ich irgendwann mal zu einem guten Burgen komme. Da kann ich dem Fuchs auch mal aus der Distanz ein bisschen was anhaben. Ich denke mal, ich werde jetzt einfach mal noch ein zweites Haus hier hinsetzen. Nicht genügend Rohstoffe. Ich brauche erst mal sechs Stämme. Die krieg mal hin. Wir nehmen die Axt und hauen den Baum um. Natürlich mal direkt auf den Kopf. Wo auch sonst hin? Bleibst du hier immer, wollen die wegrollen. Das kann ich so nicht mehr hinnehmen. Dieses ewige Weckerolle. Da muss der nächste draufgehen. Da liegt er. Und schon geht es. Und schon rollt er nicht mehr so weit. Ich glaube, jetzt habe ich bereits ausreichend. Genau. Dort hinten können die es hinsetzen. Ja. Jetzt muss dorthin. Ob das dort schön aussieht, ist ja erstmal noch zweitrangig. Ich probiere gerade mal etwas das Spiel aus. Und hoffe, dass das ein gutes Ende nehmen wird. Da hämme ich wieder drauf ein, dass wenigstens schon mal eine Tür da ist. Hier fehlen jetzt die Stücke und die Holzstämme. Da können wir schon mal noch ein bisschen Holz holen. Darum wir das sowieso brauchen. So, in welche Richtung fällst du jetzt in die? Du fällst gar nicht. Okay. Das machen wir jetzt mal so. Ich stelle mich jetzt hier hin. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Das ist doch ein Meisterwerk. Kannst du, ich würde jetzt gerne sehen, dass du genau hier in die Richtung fällst, wo ich jetzt stehe? Sehen, was passiert. Ne, da fällst du woanders hin. Okay. Plack. Au. Das ging auf den Fuß. Aber sowas von auf den Fuß. Der ist jetzt groß und blau. Ach, ihr reißt nicht aus, ne? Ihr bleibt noch eine so Weile. Ihr hängt da ein bisschen rum. Ich komme später wieder. Ach ne, das Haus wollte ich. Bauen wir hier weiter. Sehen, wie weit wir jetzt bekommen mit den Wänden. Stöcke habe ich ja jede Menge. Und Holzstämme habe ich gerade eben gesammelt. Hm. Hammer kaputt. Jetzt musste ich einen ganzen Holzstamm verwenden, um einen Hammer herzustellen. Und dieser Holzstamm fehlt jetzt, um weiterzubauen. Dann bist du jetzt dran. Der andere wollte immer noch nicht komplett runterfallen. Der hängt immer noch so in der Luft schnell weg. Nicht, dass es wieder auf den Fuß fällt. Dann rollt er halt auf den Fuß. Auch nicht schlecht. Das war knapp. Hättest du das gesehen? Und da brauche ich nicht mehr Arbeitsschutzschuhe an. Ja, ich bin jetzt wieder sehr langsam unterwegs. Jetzt gar nicht mehr. Jetzt gar nicht mehr. Jetzt bin ich überladen. Technologie. Gekaufte Schemata. Also hier kann man dann die diverse Dinger kaufen. Bautechnik, Überlebenstechnik, Produktionstechnik. Okay. Was man hier alles so machen kann. Kann man eigentlich auch sich irgendwie entwickeln. Zum Beispiel, dass man mal mehr tragen kann. Aber ich glaube, das soll so halbwegs realistisch sein. Weil wenn ich hier plötzlich 200 Kilo stehen habe, bringt das ja auch nicht viel. Jetzt gehen wir auf Holzstamm, ablegen. Und zwar zwei Stück. Dann sollte ich ja wieder laufen können. Nicht schnell, aber Hauptsache ich kann laufen. Und dann kann ich diese zwei Stück danach direkt noch holen. Jetzt hämmern wir drauf ein. Beim Vorbeilaufen, dann muss ich zurück. Darf ich noch durch? Ja. Jetzt stehe ich hier drin. Und hämmer von drinnen weiter. Ich hoffe ja mal, dass ich dann durch das zweite Haus vielleicht auch mal selber noch Leute in mein kleines Dörfchen bekomme. Weil ich denke mal, dass das so ein bisschen die Aufgabe ist, dass die Leute zu mir kommen. Blutstroh habe ich noch ein bisschen. Aber auch nicht mehr viel. Kein Stroh und kein Stamm mehr. Aber hier habe ich noch Stock. Das werde ich erstmal noch los. Und jetzt habe ich nichts mehr zum Bauen. Dann gehen wir wieder hier vor. Weil ich glaube, das letzte Mal hatte ich hier vorne mehr Stroh geholt. Irgendwo war das doch. Da musste ich ein ganz schönes Stück laufen. Ja, er hat mich schon wieder schwer. Gibt es hier noch was? Gibt es hier noch was? Oder ist das alles noch? Ich habe noch nicht alles mitgenommen, das ist gut. Ich möchte das haben. Ich möchte das haben. Her damit. Her damit. Hier. Da. Wo ist noch was? Da ist noch was. Da muss man ja schon ganz schön suchen, um das zu finden. Wannibar kenne ich jetzt nicht genau, woran ich sehe. Da ist immer so inzwischen. Klar, ich sehe, dass was verschwindet. Aber ich erkenne jetzt nicht, dass es wirklich das ist. Einfach noch etwas Stroh sammeln. Wie viel habe ich jetzt? 41. Oh. Ein Level Up im Bereich des Überlebens. Gehen wir wieder zurück. Ich habe da ein bisschen was gesammelt. Es wird noch mal was gegessen. Jetzt haben wir hier Fladenbrot. Das soll gut schmecken. Okay. Dann essen wir das mal. Es war wohl lecker. Da ist ein Kaninchen. Ich habe es mit der Faust erschlagen. Okay, das lassen wir. Wenn ihr ihn immer die Axt. Okay, was haben wir noch so? Das Blut vergraben. Es soll keine Zeugen geben. Was haben wir denn noch so hier? Nichts weit. Okay. Nee, falsch. Das will ich haben. Machen wir jetzt mal so weiter, wie es vorgesehen ist. Jetzt habe ich etwas Pelz und Fleisch. Und jetzt geht es wieder hier hin. Ich habe mir jetzt ein bisschen Stroh gesammelt und werde erst mal das Stroh loswerden. Im Dach. Und danach noch ein paar Holzstämme sammeln. Ach stimmt, das ist zwar der letzte Schlag für den Stamm. Da fehlt er noch. Hier am letzten Mal jeder Schlag ein Strohhalm. Die müssen auch festgeklopft werden. Und schon gehen wir wieder zu dem nächsten Baum und holen uns etwas Holz. Da liegt zwar auch noch was im. Ich hoffe mal, das fällt mir jetzt nicht auf den Kopf. Nein, er ist hinter mir gelandet. Da hatte ich etwas Glück, weil ich einfach mal weiter zum nächsten Gang bin und gehofft habe, dass er... So fällt, wie ich hoffe, dass er fällt. Wieder zum Hammer. Das Dach. Das Dach. Haus fertig. Einfaches, kleines Haus. Die ersten beiden Häuser. Und am Ende kann da niemand anders rein, außer ich selbst. Dann habe ich halt zwei. Hier war ich ja das letzte Mal schon drin und da ging nichts wegen Technologiemangel. Ich muss die ganzen Sachen alles erst noch lernen. Wie das genau vonstatten geht, weiß ich bisher nicht. Das werde ich dann hoffentlich so im Laufe der Zeit noch lernen. Und beim nächsten Mal werde ich dann mal versuchen, ob ich es schaffe, diese Hasenfalle zu setzen, damit ich nicht mehr mit der Faust oder dem Hammer auf einen Hasen einprügeln muss. Der Hammer war schon krass. Das hat er richtig schön gemacht. Ja, hier bleibt mir jetzt nichts weiter zu sagen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Mit etwas Glück klappt das dann mit der Hasenfalle. Ja, lasst gern ein Like da. Denkt an das Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns, dann stimmt das nächste Mal wieder. Und bis dahin mögen die Hörner stets nach oben ragen.